22. März, 17.24 Uhr, Anwaltskanzlei, Riot und Partner. Mystische Maja, Mystische Maja. Alles wird gut, Pearls. Ich kann nichts mehr. Kopf hoch, alles wird gut. Wir können es doch immer noch schaffen. Wir mussten einen Freispruch erwirken. Und bis jetzt hat der Entführer Wort gehalten und Maja hat kein, ja, Haar verloren. Ja, dank Plantur 39, nein. Aber so wird es auch bleiben, denn Herr und Gott ist auch noch nicht schuldig gesprochen. Nee. Kopf hoch, wir haben jetzt keine Zeit zum Rumheulen, wir müssen handeln. Sie haben recht. Die Mystische Maja hat viel größere Probleme als ich. Ja, genau, also. Hey, du da, gut, dass ich dich gefunden habe. Herr Gammelinspektor. Oh Mann, sieht aus, als würde Pearls Inspektor Gamschow jetzt immer Herr Gammelinspektor nennen. Ich bin aber jetzt nur noch ein Herr Dick Gamschow und ich muss mit dir reden. Leider sind wir gerade etwas im Stress. Was ist denn los mit dir, Dicker? Es ist ganz schön, Dicker zu sagen, wenn man es auch wörtlich meint, ne? So ist das. Die Zukunft. Was haben Sie denn jetzt vor? Wie meinst du das, Junge? Sie sind doch gefeuert worden, oder? Haben Sie schon etwas Neues in Aussicht? Ach so, das. Ah, was soll ich denn nur machen, Junge? Bis zum nächsten Zahltag werde ich nichts verdienen. Wovon reden Sie da? Es wird für Sie keinen Zahltag mehr geben. Dann muss ich wohl bei dir einsteigen, Junge. Was? Du bist doch die ganze Zeit auf der Suche nach Beweisen für einen ganz Unschuld. Nun, ja. Also ja, dann werde ich dir dabei helfen, Junge. Ich habe eine Menge Erfahrung in Sachen Ermittlungen und Überwachungen. Und ich kann echt gut kochen, Junge. Ich werde das in die Hand nehmen. Kommen Sie schon, Herr Nick. Lassen Sie den Herrn Gammelinspektor mitmachen. Äh, okay. Übrigens, was ist jetzt Spezialgericht? Fertig, Nudeln, Junge. Warum bin ich nur umgeben von Menschen, die nur billiges und ungesundes essen? Edgeworth. Das war das erste Mal, dass ich Herrn Edgeworth so erlebt habe. Hätte ich ihm nie zugetraut, dass er sagt, es sei ihm egal, ob Frau Andrews sich umbringt. Das hat er gesagt? Das ist ja schrecklich. Aber nur weil er es getan hat, haben wir die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit. Frau Andrews letzte Aussage. Ich frage mich, ob sie die Wahrheit gesagt hat. Auch wenn an der Aussage an sich nicht seltsam war. Aber ich glaube trotzdem, dass an der ganzen Sache etwas nicht stimmt. Du meinst die Sache, Junge? Warum sollte sie... Nein. Musste sie den Verdacht auf Herrn On Guard lenken? Das ist mir heute nicht klar geworden. Durch nichts, was sie gesagt hat. Dann behauptest du, ihre Aussage war gelogen? Nicht einfach gelogen. Ich glaube nur, dass wir etwas übersehen haben. Oder Edgeworth möchte, dass wir genau das glauben. Was für ein hinterhältiger Trick. Da war diese Staatsanwältin ja noch besser. Franziska von Karma. Darf ich gerade von der alten Drecksau sprechen? Wissen sie, wie es ihr geht? Wurde sie nicht heute Morgen angeschossen? Ja, in ihre Eier. Die alte Wildsau. Frau von Karma wurde heute auf dem Weg zur Verhandlung mit einer Pistole angeschossen. Aber sie wird doch wieder gesund, nicht wahr? Ich meine, Edgeworth sagt zwar, ihr Zustand sei stabil, aber... Nun, sie wurde an der Schulter getroffen, also geht es ihr den Umständen entsprechend. Sie haben die Kugel wohl rausoperiert, aber sie muss noch im Krankenhaus bleiben. In welchem? Was? Willst du sie etwa besuchen, Junge? Nein, das heißt, ich habe darüber nachgedacht. Hey, du scheinst ja ein Herz zu besitzen, oder? Es sah aus, als würde sie... Als würde sie zu Tode quälen, nicht zum Prozess kommen zu können. Es würde ihr sicher gefallen, wenn du dich ein bisschen peitschen lässt, Junge. Dann lassen sie uns ein paar Peitschniebe abholen, Herr Nick. Ich werde ganz bestimmt nicht zu ihr gehen. Hm, wie hieß noch das Krankenhaus... Ah ja, die Hottiklinik. Dieser Name jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken. Nun, das kann nicht schaden, wenn wir eher einen kurzen Besuch abstatten. Ja, die Hottiklinik, Kinnas, ne? Ich glaube, die war doch im zweiten Fall auch publik, ne? Ja, ich glaube schon. Aber erstmal, Kinnas, ja, willkommen zurück zu... Äh, ich wollte gerade sagen, SpaltunOnline. Zu Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Ja, wir sind jetzt gerade hier, man kann sagen, beim zweiten Verhandlungstag. Oder beim zweiten Untersuchungstag. Ja, und kamen gerade frisch aus der Verteidigungsbank. Wir sind frisch aus der Irrenanstalt von Amtsgericht rausgekommen. Und naja, wir haben noch ein großes Fragezeichen über dem Kopf, ne? Ob Andrews Aussage jetzt gelogen war, ob sie wirklich nichts getan hat. Ich, ich weiß nicht. Entweder sie plädiert wirklich auf ihre Unschuldigkeit und war es. Oder sie war es nicht und keine Ahnung. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, Kinnas. Lasst uns erstmal zur Hottiklinik gehen. Passt schon. 22. März, Hottiklinik, Anmeldung. Hätte ich nie gedacht, dass ich je wieder herkommen würde. Ja, möchtest du jemanden besuchen, hä? Ah, hi. Moment mal, sie sind... Ja, hi, ich bin Direktor Hottiklinik. Haha. Warum sind sie immer noch hier? Ja, warum, hä? Kann ich dir helfen? Sag, ja. Direktor Hottiklinik. Äh, ähm. Edgeworth. Ja, ich bin Direktor Hottiklinik. Haha. Oh, du warst heute Morgen schon da, hm? Ja, was ist? Ähm. Direktor, Franziska. Wie geht es, Franziska von Karma? Hm, keine Sorge. Ja, sie ist bei uns in guten Händen. Weißt du, ich kümmere mich persönlich um sie. Ja, die Dingsbums, die Operation lief gut. Wir sind ihnen zu Dank verpflichtet. Edgeworth weiß wohl nichts über diesen Direktor und sein Geheimnis. Sie sah so erbärmlich aus. So vollkommen verängstigt. Ja, aber das verstehe ich. Ja, schließlich wurde auf sie geschossen, ne? Und wenn ich mich leise an sie heranschleiche, schreit sie laut auf. Ja? Verstehe. Aber sie ist wirklich süß. Immer wenn ich das mache, patsche sie mich aus. Ähm. Sie hat... Ich hab gold wie ein Baby. Ja, aber ich konnte mich dran gewöhnen. Haha. Ah! Zurück auf dein Zimmer. Du bist so gemein. So gemein. Meine frische Franziska. Friska. Ah! Okay, ich, ähm... Ja, ja. Zeit für meine vier Tropfen. Ja, ja. Und was sollen diese Tulpen da in deiner Hand, Phoenix Wright? Ah, ich wusste, ich hätte nicht herkommen dürfen. Die sind nur für dich, mein Babygirl. Na, du kleine, geile Sau. Direkt vor dem Gericht traf mich eine Kugel in die rechte Schulter. Nichts Schlimmes. Sowas passiert andauernd. Ich hätte sogar vor, trotzdem die Verhandlung heute Morgen zu führen. Aber... Aber das wäre doch zu viel gewesen. Ja, bis vor ein paar Minuten sahst du noch schwer verwundet aus. Aber dieser Staatsanwalt hat mich hergezerrt. Er hat mich sogar am Handgelenk gepackt und mich bisher geschleppt. Das war das einzig Logische, denn die Kugel steckte noch immer in deiner Schulter. Aber dadurch musste ich einiges wieder gerade biegen und deinen unvertretbaren Handel stoppen. Ich glaube, ich weiß, von welchem Handel er spricht. Der Handel? Okay. Franziska, du bist gestern mit Frau Andrews in einen Handel eingegangen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon du redest. Um sicher zu gehen, dass Herr und Guards schuldig gesprochen wird, sagtest du Frau Andrews, dass sie heute vor Gericht die Aussage verweigern soll. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Hast du Beweise für so einen Handel? Du streitest es ab? Scheint, es hättest du Glück gehabt, Phoenix Wright. Wäre ich heute im Gericht gewesen, wäre der Fall schon längst abgeschlossen. Und das, indem du Frau Andrews Verbrechen befeilmlicht hättest? Das ist nicht mein Problem. Ob sie Beweise gefälscht hat oder nicht. Ich habe nur ein Ziel. On Guard muss des Mordes für schuldig befunden werden. Der Zweck heiligt die Mittel, Phoenix Wright. Der Zweck heiligt die Mittel. Franziska, Adrian Andrews hat dir geglaubt, als du sagtest, wenn du nicht die Wahrheit sagst, was passierte, wird On Guard schuldig gesprochen. Und was hat das mit mir zu tun? Darum besteht die Gefahr, dass sie selbst schuldig gesprochen wird. Und das alles, weil sie deinen Worten bis zum Schluss geglaubt hat. Das hat immer noch nichts mit mir zu tun. Sie ist bloß schwach, mehr nicht. Aber du hättest wissen müssen, dass sie... Au! Ich glaube, die Besuchszeit ist fast abgelaufen. Wenn du mich also bitte entschuldigen würdest? Was ist los? Warum hat sie dich auf einmal unterbrochen? Wahrscheinlich glaubte sie, dass ich recht hatte. Edgeworth. Ja, die alte, knackige Sau. Heutiger Prozess. Was war heute im Gericht mit dir los, Edgeworth? Ich hab dich kaum wiedererkannt. Hm. Ich meine, ich weiß, dass du von Frau Andrews Lage wusstest. Du hättest sie so oft aussagen lassen können, wie du wolltest. Aber so weit zu gehen? Ähm. Aber sie hätte nicht darüber gesprochen, ohne dass ich etwas gesagt hätte. Hör zu, Wright. Der Gerichtssaal ist ein Garten der Gerechtigkeit. Ich gehe ein Risiko ein, wenn ich mich dort hineinbegebe. Und genau so sollte es der Zeugin ergehen. Das ist ganz normal. Adrians Karte. Übrigens, Edgeworth. Heute warst du im Gericht richtig wütend. Sowas sieht man selten bei dir. Zeugen! Diese Karte! Geben Sie sie mir! Schnell! Wissen Sie, was Sie für eine Dumme begangen haben? Werden doch aus Versehen? Das! Ich kann nicht glauben, dass sie mir das die ganze Zeit veranhalten haben! Diese Karte! Was in aller Welt ist das? Meinten sie das? Hör zu, Wright. Was ich jetzt sage, ist topgeheim. Kein Wort darüber. Seit einigen Jahren gibt es eine Sonderermittlungsorganisation oder auch ein Sonderermittlungsteam. Nur wenige wissen davon. Ich verstehe. Ihr Ziel ist es, den Besitzer dieser Karte zu finden. Ein Mann namens Shelly the Killer. Und wie sein Name schon sagt, ist er ein Killer. Ein Mörder. Der Beste. Ein Mörder? Motivkarte zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das klingt knackig, ne? Profimörder, okay. Wer ist dieser Shelly the Killer? The Killer. Das ist der Name einer langen Reihe von Mördern. Lange Reihe? Ich habe gehört, der Name tauchte vor 100 Jahren das erste Mal auf. Shelly heißt der dritte Erbe des Namens The Killer. Weil er Shelly, also Muschel heißt, hinterlässt er Karte mit einer Muschel? Er hat die Angewohnheit, immer eine Karte bei der Leiche eines seines Opfers zu hinterlassen. Warum sollte jemand sowas tun? Wir glauben, dass es zu seinem Auftrag gehört. Zu seinem Auftrag? Hinterlässt er eine Karte, wissen seine Kunden, dass er das Opfer getötet hat. Zudem dient es als Versicherung für Klagen gegen seine Kunden. Verstehe. Und der Killer legt höchsten Wert auf das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und den Kunden. Er scheint ein ehrbarer Mörder zu sein, mit einem moralischen Gewissen. Ich schätze, dass es sogar ehrenhafte Mörder gibt. Du glaubst, dass dieser Mörder, dass er den Mord verübt hat? Es sieht danach aus. Die Entdeckung der Karte bestätigt dies auch, nicht wahr? Shelly the Killer, ha? Okay, das heißt also dann, dass AGBN doch nicht der Killer war, ne? Ich meine, sonst hätte sie es ja nicht weiterhin dementiert. Das macht irgendwie ein bisschen Sinn aus, dass es Shelly ist. Maja Situation. Heute bei der Verhandlung ist mir etwas aufgefallen. Du hast dich äußerst seltsam verhalten. Stimmt irgendwas nicht? Ich glaube, ich sollte es ihm einfach sagen. Maja. Sie wurde entführt. Er entführt? Was ist die Forderung des Entführers? Ein Freispruch. Verstehe. Das wusste ich nicht. Ich werde sofort ein Rettungsteam zusammenstellen und bis morgen ist sie frei. Wirklich? Haben Sie das gehört, Herr Nick? Herr Edgeworth wird... Hör auf, mich zu trösten... Mich trösten zu wollen, Edgeworth. Ich kann dein Mitleid nicht gebrauchen. Herr Nick. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu finden. Wir haben keinen einzigen Hinweis. Es bleibt nur ein Weg, sie zu befreien. Ich muss irgendwie einen Freispruch erwirken. Das ist der einzige Weg. All right. Hör zu. Du musst etwas wissen. Juan Corina wurde von Shelly the Killer ermordet. Und der Kunde, der den Auftrag dazu gegeben hat, ist Adrian Andrews. Was? Matt on Guard? Ich dachte, es ist Adrian gewesen. Gut. Okay, wenn ich jetzt drüber nachdenke, macht es Sinn, dass es nicht Adrian ist, weil... Naja, Adrian hat ja gesagt, sie hat sich total gewundert, diese Karte am Tatort gefunden zu haben. Okay. Ja, okay. Sorry. Sorry. Ne? Bitte, aufhören. Ich kann das nicht hören. Ich kann das nicht glauben. Verstehe. Nun, wenn du mit deinen Ermittlungen fortfahren willst, brauchst du das hier. Was ist das? Das Hotel darf im Moment nur von Mitarbeiter der Polizei betreten werden. Da wir nach Hinweisen suchen, die uns zu Shelly the Killer führen. Wenn du dies mit zum Hotel nimmst, wirst du auf jeden Fall eingelassen. Empfehlungsschreiben zur Gerichtsakte hinzugefügt. Jedenfalls muss ich mich jetzt um das Rettungsteam für Maya kümmern. Wir treffen uns wieder. Sollte etwas passieren. Entschuldige mich. Herr Nick, glauben Sie, glauben Sie, Herr Ngaard hat einen Mörder beauftragt? Auf keinen Fall. Ich meine, er hat doch keine psychische Blockade. Stimmt, ich glaube nicht. Maya. Bitte, ich möchte nur, dass du wieder gesund nach Hause kommst. Alter Falter, Kinnas. Alter Falter. Ist echt gerade extrem heftig. Datum unbekannt, Zeit unbekannt, Ort unbekannt. Hey, hey. Ich schätze, selbst ein Führer können ungeschickt sein. Ungeschickt genug, um so eine Karte für mich fallen zu lassen. Und auch wenn er gesagt hat, dass er ein Mörder ist. Ich wette, dass er sich das nur ausdenkt. So wie Nick es vor Gericht immer macht. Ja, ja. Ich sollte mit dieser Karte mal den Kartentrick ausprobieren. Klick. Klingt, als sei die Tür offen. Okay. Zeit, sich ein wenig umzusehen. Das hatten wir doch schon. Okay. Die Tür. Ich habe die Tür mit dieser Karte geöffnet. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Ah, okay, stimmt. Ja, gut, 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 gut. Bewegen. Das habe ich jetzt nicht geweißert. Ja. Unbekannter Ort. Und wir sind... ...wieder an einem unbekannten Ort zu einer unbekannten... ...ja. Zeit. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin nicht mehr im Hotel. Sind das Videos? Nun, darum kümmere ich mich später. Ich sollte erst mal nach Hinweisen suchen. Die kann ich mit meiner Schwester... ...oder die kann ich meiner Schwester zeigen... ...und vielleicht hier rauskommen. Okay. Der Teddy da sieht komisch aus. Lass uns den mal angucken. Ein Teddy. Ein Teddy! Wisst ihr doch, dass im Hotel vor... ...on Gards Zimmer eine Menge Teddybären standen? Seltsam. Was macht eine Statuette... ...auf einem Sofa an so einem Ort wie diesem? Ich glaube, das ist... ...ein Bär. Ach, wie süß. Aber da sind jede Menge Schnitte drin. Ist das eine Art Puzzle oder so? Das kann sein. Was haben wir hier? Ein Bild. Die Bild am Sonntag. Auf diesem Tisch befindet sich ein Bild mit Rahmen. Es ist das Bild einer Frau. Sie ist hübsch. Hey, da steht etwas geschrieben. Ich glaube, da steht... ...in Liebe. Celeste. Das ist bestimmt ein Hinweis. Hm. So, der... ...PC... Oder was ist das? Ist das da ein Spiegel? Ist das eine Hundeklappe oder sowas? Äh, verschlossen. Natürlich. Und es sieht nicht so aus, als würde mir die Karte diesmal helfen. Da ist ein kleines Loch unter der Tür. Wenn ich etwas schlanker wäre, könnte ich vielleicht hindurch krabbeln. Scheiß Burger, ey. Ich bin so eine fette... ...ne fette Sau. Äh. Was ist das denn? Eine Antenne, oder? Und das ist ein Videorekorder? Hier sind aber jede Menge Elektronikgeräte. Aber was soll eine Antenne hier? Oh, das geht nicht. Ich kann sie nicht einfach so herumlaufen lassen. Äh. Scheinbar ist ihr Herr Wright wirklich sehr besorgt um sie. Er ist. Vorerst würde ich Ihnen vorschlagen, sich kooperativ zu verhalten. Wenn das nicht geht, werde ich etwas nachhelfen. Na, nachhelfen? Du meinst... Ein Toter plaudert nicht. So geht doch das Sprichwort, oder? T-T-Tot? Ich bin mir sicher. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich ein Mörder bin. Auf keinen Fall. Du lügst. Ich meine... Ein Mörder? Die Menschen sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Neeeeeeck! 22. März, 19.04. Hotty Klinik. Anmeldung. Herr Nick? Hä? Oh ja, Pearls. Ich war völlig mit Majas Situation beschäftigt. Herr Edgeworth ist weg. Für den Augenblick bleibt uns keine andere Wahl, als Herrn on Guards zu glauben. Meine Fräsen. Aber ich glaube, ich sollte mir seine Geschichte nochmal anhören. Na gut, los geht's. Okay. Gut, hier können wir nicht viel machen, ne? Okay, da ist nichts viel raus hier, ja. Ja, mit Gamshow müssen wir jetzt auch nicht reden. Wir gehen in die Strafanstalt. Auf geht's. 22. März, Strafanstalt. Besucherraum. Tut mir leid, aber die Besuchszeit ist für heute vorbei. Ach. Ah, es gibt zu viele Fragen, die ich stellen muss. Äh, entschuldigen Sie, aber ich bin Phoenix Wrights, der Anwalt, einer der... Sie sind ja Wright? Oh, stimmt. Ich habe hier eine Nachricht für Sie. Eine Nachricht? Von Matt on Guards. Ah, hier, bitteschön. Was hat er geschrieben? Ist das was Wichtiges? Keine Ahnung. Nun, mal sehen, was da steht. An den Anwaltstypen. Ich muss Ihnen was echt Wichtiges mitteilen. Warum habe ich auf einmal so ein komisches Gefühl? Ja, ja. Oh, yeah, right. Also, eigentlich... Wollte ich Sie meinen Gefallen bitten? Ich habe einen Kater. Er ist Joe. Ich habe ihn wohl nicht genug zu fressen hingestellt. Er wird ziemlich in Hunger haben. Würden Sie bei mir zu Hause vorbeifahren und schaufeln, mich füttern, Alter? Mein Haus ist nicht weit weg vom Hotel, okay? Okay. Das ist... Das ist schrecklich. Machen wir schnell. Wir müssen den Kater füttern. Bestimmt knurrt ihm schon mächtig der Magen. Ja, ich schätze... Matt's Notiz in Tasche gestopft, okay? Die Bitte eines Mandanten ist mir Befehl. Wir sollten mal nach dem Kater sehen. Und danach taucht er bestimmt auf. Ja, ist schon okay. Kommt, ist egal. Wo haben wir denn seine Wohnung? Wo ist denn die? Und dann muss ich erst mal von der Kriminalabteilung darüber gehen. Das kann sein, das kann sein. 22. März, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Wow, alle sehen furchtbar beschäftigt aus. Hm, sie bereiten wohl die Beweise für die morgige Verhandlung vor. Hey, Mama, schnell damit. Klar, lass die Opfer jetzt doch umgehen. Was für ein Unfug. Da stehen über 100 Namen drauf. Ähm, Herr Nick? Ist hier im Garten ein wirklich schlimmer Krimineller? Vergiss es, Pearls. Die arbeiten wohl in einem ganz anderen Fall. Ganz bestimmt. Ja, ja. So. Wo ist denn seine scheiß Wohnung? Da muss ich... Hä? Wo muss ich denn hin? Was stand denn nochmal in der Notiz drauf? Auf der Notiz drauf, so. Ist nicht weit weg von dem Hotel. Okay, das heißt, wir müssen erst mal in die Lobby. Okay, alles klar. Gut. Ich wollte gerade sagen, so. Hä? Willst du mich irgendwie vollkommen verarschen? Aber okay. So. Auf in die Lobby, Kinders. 22. März, Hotel Gatewater, Lobby. Gut, Herr Nick. Suchen wir nach Hinweisen. Es geht um die mystische Maya. Ihr kommt hier nicht vorbei. Äh, Frau Oldback. Wette meinen Namen nicht so ab und lass das gekäuchte, du Igelkopf. Wegen dir stehe ich wieder wie die Böse da. Obwohl, Edgy Boy hat mir sogar einen Kaugummi geschenkt. Wie er es versprochen hat. Aber eigentlich wollte ich was wertvolleres. Ich wollte Edgy Pus Herz. Es ist alles deine Schuld. Du hast das bisschen mehr geweckt. Äh. Ah, Frau Oldback. Rieh mich nicht an. Der Helm ist lüftdicht. Da kommt keine Luft rein und keine Luft raus. Hm. Was hat denn ihr Helm mit allem zu tun? Tja, du kannst mir noch so dämliche Fragen stellen. Ich rieh mich nicht vom Fleck. Wenn du vorbei willst, musst du wohl oder immer gegen mich kämpfen. Das habe ich nicht gehört. Abend des Mordes. Ähm. Ha! Bist eine Million Lichtjahre zu früh dran, um mir Fragen zu stellen, gerne groß? Äh, der einzige Weg, meine Ermittlungen durchzuführen, ist dieses Überkandi... Überkandi... Was? Überkandidelte Alien loszuwerden. Überkandidelt, okay. Kandidelt. Kandidel? Keine Ahnung. Okay, sie redet überhaupt nicht mit uns. Bei keinen einzigen Dialogen redet sie mit uns. Alte Wildsau. Schade, dass wir kein Kaugummi für mich, für dich haben, ne? Hm. Oder muss ich ihr dieses Empfehlungsschreiben zeigen? Hm. Vielleicht, wenn ich diesen Brief von Edgeworth zeige? Ähm, Frau Oldback, würden Sie sich das hier mal ansehen? Was? Ich soll mir dieses wertloses Stück von... Äh, Edgypoo! Äh, ist das ihr Parfüm-Pheromon der Liebe, was da so riecht? Äh. Mal sehen. Würden Sie dem ungehobelten Jungspund freundlicherweise die Ermittlung gestatten? Mit herzlichen Grüßen, Miles Edgeworth. Mit herzlichen Grüßen? Nö, was für ein Charme. Fein, aber nur, weil Edgypoo es zu möchte. Verstanden? Empfehlungsschreiben, Frau Oldback gegeben. Ich habe jetzt zu tun und mach nichts kaputt. Wenn du irgendwas anstellst, setze ich dich vor die Tür. Sie scheinen starke Gefühle für Herrn Edgeworth zu hegen. Ah, Fangirl tot. Könnte sein, aber es wird ihr nichts nützen. Das ist so gemein, Herr Nick. Man sollte seine Gefühle herauslassen und teilen. Äh. Immer wenn wir über Liebe reden, habe ich nachher einen Handabdruck im Gesicht. Äh, jedenfalls sollten wir jetzt mit den Ermittlungen weitermachen. Okay. Ja, da, 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 da. Was ist denn jetzt los? Eine Kleinigkeit hat dich noch vergessen. Du kannst heute nicht in Herrn Ongots Zimmer gehen. Warum nicht? Die Polizeieermittler sind heute den ganzen Tag dort zugange. Kapiert? Ist das das Team, das in der Sache The Killer ermittelt? Also nicht da reingehen. Wenn du es wagen solltest, bekommst du meinen Zorn zu spüren. Ich denke, ich bekomme nicht mal die Möglichkeit. Das Wohnzimmer. 22. März Ongots Anwesen Wohnzimmer. Hm, ziemlich dunkel. Ich mach das Licht an. Oh. Wow, so sieht also das Haus eines Stars aus. Ist sicher nett, reich zu sein. Kommen Sie, Herr Nick. Suchen wir Schau, den Kater. Schau. Miau. Das dürfte Schau sein. Ah, eine Katze. Ja, hallo, Schau. Miau. Ahaha. Der Kater scheint Pearls zu mögen. Entschuldigen Sie? Oh. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, mein Herr? Oh, wir sind Anwälte. Genau genommen bin ich sogar Herr-on-Gards-Anwalt. Der Anwalt des Hausherren? Dann sind Sie bestimmt Herr Wright. Ja. Ah, es freut mich sehr, einen Ehrenwertmann wie Sie kennenzulernen. Ich bin der Familienbutler John Doe. Aha. Okay, Leute, das ist der Butler. Puh. Ich gehe aber noch mal zurück in die Lobby, um zu gucken, ob wir nicht da noch irgendwas erledigen können. Ob wir nicht hier irgendwo noch hingehen sollen. Ja, in den Feilchensaal können wir noch gehen. Sehr schön. 22. März, Hotel Gatewater, Feilchensaal. Wie viele Settings hier gerade zur Verfügung stehen, ne? So viele Settings. Wir scheinen die einzigen hier zu sein. Und doch, wirkt das Hotel irgendwie so beliebt. Vielleicht, weil die Polizei nach Hinweisen auf The Killer sucht. Vielleicht. Der Flur. 22. März, Hotel Gatewater, Flur. Hey, Stadtjunge. Äh, Leute, Sie sind immer noch hier. Aber klar, eine Fotografen wie ich steht und fällt mit ihrer Fähigkeit, Knöller zu fotografieren. Und dieses Hotel besitzt nur mal eine geheimnisvolle Aura. Es ist, als könnte jederzeit etwas passieren. Aber, haben Sie eine Kamera? Was denn sonst? Wenn du ein Profi bist, brauchst du Kameras, dass sie dir aus den Ohren rauskommen. Ich hänge hier rum. Apropos Kamera, du Spaßvogel, wie schaut's aus? Hast du meine, du Lieb? Wann hören Sie endlich auf, mich immer Dieb zu nennen? Aber wir dürfen in kein Zimmer rein, oder? Nur in Kuridas Hotelzimmer dürfen wir rein, okay? Nur in Kuridas. Das ist interessant. Gut, reden wir doch mal eben kurz mit der guten Dame. Abend des Mordes. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen über den Mordabend stellen. Was? Für jede Info wirst du aber etwas blechen, kapiert? Lauter, Sie hielten sich am Abend des Mordes in diesem Flur auf, oder? Nun, so in etwa, aber festhalten, right? Jetzt geht's los. Ich war nicht die ganze Zeit über hier, bin einiges das hinterher, hab ein paar Autogramme besorgt und ein paar Limmons hab ich auch getrunken. Sieht aus, als sei sie nicht den ganzen Abend hier gewesen. Und die Wachfrau war auch nicht die ganze Zeit über im Flur? Dann kann uns wohl niemand sagen, wer an diesem Abend hier kam und ging. Das muss man so sagen. Was die Notiz in ihrer, naja, Kameratasche angeht. Ah, der Artikel, den ich geschrieben habe? Ja, stimmt das, was sie da geschrieben haben? Du meinst, du meinst, das Zeug darüber, wie On Guard seine Managerin auf Corridor angehetzt hat? Genau. Nun, das solltest du vielleicht besser nicht für bare Münze nehmen. Wie bitte? Das war einfach eine Laune. Ich hab einfach geschrieben, was mir in den Sinn kam. Was Ihnen in den Sinn kam? Ja, wenn du es dir mal näher ansiehst, ist es nicht als gequirlte Scheiße. Aha. Aha. Hey, was ist denn? Warum guckst du aus der Wäsche wie mein alter Opa? Hm. Hey, und warum siehst du auf einmal aus wie, naja, wie viel älter? Oder bin ich geschrumpft? Ähm. Ja, kann man so sagen. Ah, mein Baby, meine 1600-Dollar-Kamera. Was ist eigentlich mit diesem Staatsanwalt mit der roten Jacke los? Der Typ sagte, es sei ein Beweisstück und wollte sie mir nicht zurückgeben. Nun, so läuft das meistens. Hey, hey, du kennst die roten Jacke doch, oder? Leg ein paar gute Worte für mich ein und bring mir meine Kamera zurück. Ich soll was? Quassel den Typen einfach fünf Stunden zu, dann gibt er sie die schon zurück. Warum erledigen sie das nicht selbst? Äh, nun ich schätze, ich muss da mal los. Eine Klatschfotografie ohne Kamera ist nichts als klatschen. Äh, ja, stimmt wohl. Immer weiter so, klar? Wir sehen uns morgen im Gericht. Okay, dann bis, bis dann. Und du auch, Kleine? Warte so, okay? Okay. Und sei nicht so pingelig mit dem Essen. Okay. Und mach schön deine Hausaufgaben, hörst du? Okay. Und wenn du mal eine Kamera findest, bringen sie gleich zu mir. Würden sie bitte einfach gehen? Okay, das ist schon mal ziemlich, ähm, verrückt, was hier alles so passiert. Aber ich würde sagen, Kinas, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Von daher gesehen, Kinas, macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.